Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich so ein Rasenmähermesser richtig schärfen kannst, wenn dieses schon relativ stumpf ist und dadurch das Gras eher abgehackt wird, als dass dieses geschnitten wird. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal müssen wir das Rasenmähermesser überhaupt ausbauen. Bei einem Elektrorasenmäher wie hier jetzt ist das Ganze gar kein Problem, denn diesen kann ich einfach umkippen ohne weitere Probleme. Bei einem Benzinrasenmäher gibt es jedoch zwei Sachen, auf die man unbedingt achten sollte. Punkt Nummer eins ist es, dass man den Rasenmäher unbedingt auf die Seite kippt, wo auch das Öl eingefüllt wird. Sagen wir einfach mal, ich könnte hier zum Beispiel mein Öl einfüllen, dann müsste ich auch unbedingt den Rasenmäher in diese Richtung umkippen. Denn sonst kann es passieren, dass Öl in den Luftfilter kommt und das wäre natürlich nicht so super. Punkt Nummer zwei ist es, dass man unbedingt die Zündkerze auch ausbauen sollte. Das hat den Sinn, dass wenn die Zündkerze noch drinnen ist und man schraubt da unten zum Beispiel irgendetwas rum, kann es zu einem Rückschlag kommen und das Messer geht zum Beispiel leicht zurück und du könntest dich dadurch sehr stark verletzen, was wir auf gar keinen Fall haben möchten. Deswegen nochmal zusammengefasst, auf die Richtung umkippen, wo das Öl eingefüllt wird und die Zündkerze rausnehmen. Dann kannst du weitermachen. Auf der Unterseite befindet sich nun diese Verschraubung hier, die mein Messer in meinem Rasenmäher drinnen lässt. Diese Verschraubung müssen wir gegen den Uhrzeigersinn lösen, normalerweise mit einem Gabelschlüssel, sollte glaube ich ein 30er sein. Ich habe leider noch nicht die richtige Größe bei mir zu Hause, weswegen ich jetzt eine Pumpenzange für den Notfall hernehme. Also einmal anpacken, natürlich darauf achten, dass man sich nicht irgendwo jetzt am Messer schneidet. Bei mir hat sich das Ganze jetzt schon gelöst. Und den Rest kann ich normalerweise auch per Hand runterschrauben. Das ist gar kein Problem. Wenn das alles runtergeschraubt ist, einfach einmal das Messer hier rausnehmen und jetzt können wir weiterarbeiten. Zum Schärfen verwende ich jetzt eine Kombination aus einem Winkelschleifer und einer Fächerscheibe hier vorne. Diese hat eine 80er Körnung und damit tue ich auch bei mir daheim immer die ganzen Äxte schleifen. Und diese werden wirklich schön scharf, weswegen ich das Ganze hier jetzt auch machen werde. Und nun das Rasenmähermesser einfach einmal schön in den Schraubstock einsparen, dass dieses hier fest drinnen sitzt. Noch kurz eine kleine Trockenübung. Die Fächerscheibe dreht sich in diese Richtung hier und wir müssen darauf achten, dass die Drehrichtung unbedingt von der Klinge hier weggeht. Auf gar keinen Fall den Winkelschleifer dann zum Beispiel anders umhalten. Die Fächerscheibe dreht sich in diese Richtung und würde gegen die Klinge treffen. Das tut der Klinge nicht gut und die Fächerscheibe geht dadurch auch kaputt. Auch müssen wir darauf achten, dass wir den Winkel von dieser Schneide hier wieder ungefähr hinbekommen. Dieser ist ja schon vorgegeben und am besten bekommt man das hin, indem man von hier hinten mal leicht anfängt und wo sich die Schneide hier vorne verfärbt, also wieder zum Glänzen anfängt. Dadurch erkennt man nämlich dann, ob man ungefähr diesen Winkel getroffen hat oder noch einmal leicht nachjustieren muss. Wir sollten auch darauf achten, dass wir nicht zu lange auf einer Stelle bleiben, also lieber immer leicht hin und her gehen. Hat den Sinn, dass sonst die Schneide hier vorne viel zu heiß wird, vielleicht sich sogar leicht verfärbt oder zum Glühen anfängt. Denn dann wäre dieses Messer eigentlich fast nicht mehr zu gebrauchen, da die Klinge einfach an Härte verliert. Und somit auch natürlich an Schneidkraft, was wir nicht haben möchten. Doch genug zur Theorie. Jetzt einmal Schutzbrille aufsetzen, Gehörschutz und jetzt fangen wir an. Die Klinge auf der ersten Seite meines Rasenmähers ist jetzt schon wieder scharf. Es reicht nämlich aus, indem man von hier oben das Ganze einmal schärft. Auf gar keinen Fall von der anderen Seite noch, also nur da, wo der Winkel ist. Und jetzt drehe ich das Ganze einmal um und mache den selben Schritt nochmal auf der anderen Seite. Bevor ich es noch vergesse, diese Klingen hier müssen nicht Rasiermesser scharf sein, sondern es reicht vollkommen aus, so wie ich es jetzt gerade eben gemacht habe. Der Rasenmäher hat ja eine sehr hohe Umdrehungszahl, wodurch das Gras jetzt wieder schön abgeschnitten werden kann. Und wenn die Klinge hier vorne zum Beispiel zu heiß werden würde, kannst du dir übrigens auch noch einen Eimer mit Wasser daneben hinstellen, wo du das Rasenmähermesser einfach hineingeben könntest, um dieses wieder abzukühlen. Zum Schluss müssen wir unser Rasenmähermesser noch auswuchten. Das bedeutet einfach, dass es auf beiden Seiten gleich schwer ist und später bei dieser hohen Umdrehungszahl von dem Rasenmäher nicht irgendwo schwerer wäre und dadurch vielleicht sogar leichter schlagen anfangen würde. So ein ähnliches Prinzip gibt es ja bei den Autoreifen auch. Auch hierfür am besten einmal, also ich mache das immer recht gerne mit einem Phasenprüfer, mit einem alten. Man kann aber genauso gut einen Nagel einfach in einem, zum Beispiel hier im Schraubstock einspannen und dann gebe ich mal hier diese mittlere Öffnung vorne auf dieses Eisenteil von meinem Phasenprüfer drauf. Und jetzt muss ich schauen, dass das Ganze hier im Gleichgewicht ist. Bei mir schaut es jetzt relativ gut aus, doch es kann zum Beispiel auch der Fall sein, dass es auf einer Seite jetzt noch etwas schwerer wäre. Dann würde es nämlich hier nach unten weg pendeln und dann müsstest du auf der Seite, wo es schwerer ist, noch etwas hier vorne wegschleifen. Das wirklich hier, dass beide Seiten gleich schwer sind und das Rasenmähermesser somit ausgewuchtet ist. Da das Messer jetzt geschärft ist, müssen wir dieses wieder einbauen. Und hierbei nur darauf achten, dass die geschliffene Seite, also bei mir jetzt hier diese, nach oben zum Rasenmäher hinschaut. Und die Seite, wo wir gar nichts verändert haben, diese muss danach zum Rasen schauen. Ich gebe also das Rasenmähermesser jetzt einfach hier wieder rein. Schaue, dass es erst einmal, dass die Schraube per Hand anpackt. Das ist bei mir jetzt schon geschehen, im Uhrzeigersinn, diese Schraube hineindrehen und zum Schluss dann nochmal mit dem Gabelschlüssel, der bei mir natürlich von der Größe her nicht passt, nochmal etwas nachziehen. Doch hierbei ist jetzt auch wichtig zu sagen, man sollte es auf gar keinen Fall übertreiben. Denn wenn der Rasenmäher angeht, dann ist die Drehrichtung so eingestellt, dass sich diese Schraube automatisch immer noch leicht festzieht. Und somit haben wir jetzt auch schon das Rasenmähermesser ausgebaut, geschärft und wieder richtig eingebaut. Weswegen ich mich auf das nächste Rasenmähen freue. Wenn das Rasenmähermesser schon sehr beschädigt oder vielleicht sogar der Rasenmäher schon allgemein sehr alt ist, dann kann man auf jeden Fall überlegen, ob man sich einen neuen zulegen möchte. Denn dann macht das Rasenmähen auf jeden Fall wieder mehr Spaß. Einen neuen Rasenmäher, ein neues Rasenmähermesser für eigentlich jede Bauart, einen Winkelschleifer oder vielleicht sogar eine Fächerscheibe hier vorne. Wenn du irgendwas davon zulegen möchtest, dann kann ich dir hier wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität vom Markenherstellen, das ist einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen. Und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen. Einen bild von Vielen Dank.